so und wir machen weiter wir sind am arsenal angekommen und müssen einige interessante hürden überwinden unter anderem dieses batterie rätsel hier und das ist gar nicht so einfach wir sind mit dem aufzug hier hochgekommen und haben hier eine ganze reihe von verteidigungsmaßnahmen unter anderem katana kämpfer jetzt muss ich mich kurz konzentrieren weil die sind echt nicht ohne die zwei so dem habe ich mal ordentlich eins eingeschenkt der typ kann blocken ich glaube manche schläge machen gar keinen schaden ach ehrlich gesagt habe ich den revolver gar nicht auswählen wollen ich wollte eigentlich kontern aber so eine nette rakete ins kleinhirn ja doch das zeigt auf jeden fall auch wirkung lief doch ganz gut aber der typ kann wirklich blocken so dass es gar keinen schaden macht wenn ich auf ihn einschlage und das kann ich tückisch werden weil das sieht gar nicht so das ist nicht so auffällig ja ich habe gedacht ich denke ihn mit einer schönen kombo ein und besiege ihn langsam ne 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 ich glaube wirklich dass da in diesem zustand überhaupt keinen schaden genommen hat egal also diesen krass vor dem müssen wir aufpassen jetzt müssen wir mal kurz überlegen wie es weiter ging hier oben die türen da wollen wir durch wir wollen auch durch diese dritte tür hierdurch aber hauptsächlich erst mal oben wir checken mal ab was wir dafür brauchen ich glaube dass ich die batterien die haben sich gar nicht resettet schaut mal hier die haben wir hier hingesetzt die mussten wir uns erst besorgen und hier war nur kleingeld drin so das heißt hier drin müssen wir gar nicht mehr rumfuhrwerken die müssen wir gar nicht mal mit uns tragen man kann die nämlich resetten am einsatzort nämlich am einsatzort am fundort und dieser fundort sind diese zellen hier mit diesem unendlichkeits symbol ja diese anderen symbole die blauen kästchen das sind die orte wo man sie einsetzen muss hier ist eine rote eingesetzt da funktionieren auch nur rote batterien so jetzt gucken wir mal hier drin bräuchten wir eine blaue um diesen aufzug zu bewegen hier zum beispiel können wir so resetten das ist gut zu wissen dann kriegen wir nämlich die blaue von da unten weg glaube ich zumindest soll es mal probieren jetzt hat jetzt ist diese tür auf obwohl ihr gar keine batterie bei der batterie drin steckt und wir haben schon wieder überhaupt keine ersatz heilung wir haben überhaupt kein karottensaft mehr übrig ja genau das davon rede ich und die können wir auch nicht zerstören die schussanlagen da oben also hier ist es echt ja richtig nett oh keine lust okay blaue batterie ja blaue batterie wurde resettet ist jetzt da oben das ist schon mal ein erster das ist schon mal eine erste verbesserung so die müssen wir irgendwie nach da oben schaffen hier sind natürlich auch schusssysteme wo es ist gemein ist echt gemein die batterie muss hier drauf geht die erste tür auf ich glaube da drin brauchen wir eine rote die frage ist jetzt wie schaffen wir die blaue batterie da hoch wir müssen das ding erst mal runterfahren und da der strom hat funktioniert das auch sehr gut und durchfallen gut dass es kein falling damage gibt so batterie nummer eins und wieder hoch das ist echt schwieriger als es aussieht weil er nicht ja der sprungknopf der der da passiert nicht immer was ich muss manchmal zwei oder dreimal drücken weil der an denen den gewehren da hängen bleibt okay na das läuft doch wie am schnürchen das haben wir aber letztes mal auch schon hingekriegt so hier rote batterie alles klar also ding wieder runterfahren oh wie fies es war sehr unwahrscheinlich dass er uns trifft wenn wir die rote batterie nehmen geht die tür zu korrekt wir müssen also eine rote batterie von woanders holen wo kriegen wir die her wo kriegen wir noch eine rote batterie her dann ist hier zu hm ja das ist nicht so einfach das ist ja nicht so einfach leute und hier kommen wir auch nicht durch das ist eine einbahnstraße die tür wird wahrscheinlich von von der anderen seite geöffnet aha so meine theorie ist dass ich in dem bereich nicht genug rote batterien finden kann und vielleicht von weiter unten weil hier unten gibt es auch noch solche äh batterierätsel jetzt versuchen wir mal mit dem aufzug runter zu fahren und von da unten was mit zu bringen wir können ja jedes stockwerk hier durchsuchen der hält glaube ich in mehreren stockwerken hier gab es nur eine fausttür von der anderen seite zu öffnen kommen wir nicht weiter da gibt es batterien und feinde gibt es hier auch hm boah ich hab Angst vor diesen Schwertfuzzis weil die sind echt die sind krass richtig gefährliche Gegner so davon geht die Tür zu das hilft uns nicht weiter da drüben kann resettet werden ist das knifflig Leute weil hier wird ja nur die Batterie resettet die da drüben schon im Sockel sitzt die wird dann die kommt dann hier rüber und ich kann nicht mehr zurück eieieieiei es gibt im Moment nicht genug Batterien scheiße mal logisch denken die blaue sitzt schon oben die rote fehlt die blaue wird hier resettet die rote da die rote wird gebraucht um diese Tür zu öffnen ich muss die also erstmal da rein schaffen die rote Tür äh die rote Batterie aber es geht doch gar nicht die rote Batterie sitzt draußen und hält diese Tür offen die sitzt draußen fest wenn ich sie wegnehme geht die Tür zu dann kann ich äh keine Batterie nach drinnen bringen eieieiei warum sitzt diese Batterie außen warum nicht drinnen wie habe ich das denn gemacht weil mir kommt das so vor als hätte ich eine rote Batterie auch schon hier drin gehabt krass früher morgen Leute ich weiß nicht ob ich momentan in der Lage bin dieses Rätsel zu lösen Alternative gäbe es natürlich auch wir könnten mit dem Zug weiter fahren ich glaube das führt dann in die Abwasserkanäle was ja auch recht verlockend war aber das würde für mich jetzt gleich bedeuten mit aufgeben und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock das hier jetzt aufzugeben und erstmal woanders hin zu tapern und noch mehr Batterien gibt es auch nicht da ist nur eine Schnellreisekugel ein Terminal ein Zug und hier geht es eigentlich weiter scheiß Dreck ja mir kommt so vor als fehlt eine Batterie wir werden keine andere Wahl haben als erstmal den Zug zu nehmen sollten wir hier nicht erfolgreich sein ist dann auch okay aber erstmal will ich hier noch ein bisschen rum probieren ja die wird hier absolut gebraucht warte mal vielleicht gibt es unten vielleicht gibt es unten noch eine Batterie wir gucken mal so das ist auf ach du Scheiße nervt mich nicht da kann ich den Aufzug betätigen die Frage ist warum das haben wir ja letztes Mal alles schon gemacht ich sehe da im Moment keinen keinen Sinn drin der folgt mir einfach hier rein tschüss wir kommen nicht durch die ich höre ihn immer noch wir kommen nicht durch die blauen Barrieren ich habe Angst vor dem Typ hey wir könnten kommen wir mit der Batterie nicht hier rein also wenn wir es schaffen die Batterie in den Aufzug zu schaffen können wir hochfahren sehr gut und Karottensaft aufgeladen aber wir kommen mit der Batterie nicht hier rein verdammte Axt okay wir könnten die aber hoch ja 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 wir könnten ne können wir auch nicht ne 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 ah warte dann geht die scheiß Tür zu ah und die wird dann angezeigt und da unten ist ja okay alles klar es gibt nur von außen es gibt nur von einer Seite ein Schloss wir können nicht die Tür von der anderen Seite offen halten um dann eine zweite Batterie durchzuziehen das geht nicht weil da kein Schloss ist diese Schlösser sind nur von hier draußen zu bedienen und sobald ich die Batterie wegnehme geht die Tür zu und alles was hiermit passiert ist der Aufzug kann ich das irgendwie für mich nutzen es ist schon cool Leute es ist kniffliger als gedacht oder kann ich diese Begebenheit hier nutzen dass wir hier komm wir resetten mal so so jetzt ist unten die Tür zu ist klar hä warte mal ach die geht dann zu sobald ich dazukomme ja okay alles klar Leute hm das ist ja auch ein schlechter Scherz oder jetzt ist sie zu okay also das ist ein kleiner Fehler das sollte eigentlich so nicht sein die Tür sollte auch zu gehen wenn ich nicht in der Nähe bin aber gut das verzeihen wir dem Spiel ja wie ich schon gesagt habe wir brauchen diese Batterie um hier überhaupt einen Weg frei zu machen und wir können die Batterie nicht mit zum Aufzug nehmen wir können es nicht leider 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 ähm das ist erstmal das kniffligste Rätsel bisher und vermutlich ist die Lösung relativ einfach wir denken zu kompliziert könnte ich mir vorstellen die Tür ist offen weil da die Batterie eingesetzt ist aber bringt es was eine Batterie von oben zu holen eine rote kann man die überhaupt in den Aufzug mitnehmen ich will das mal ausprobieren jetzt haben wir wieder Gegner ne freilich naja blockt es aber das war gar nicht so schwer den Raum können wir vergessen der ist nicht mehr wichtig der ist nicht mehr wichtig boah so ausprobieren will die Batterie ah wir kommen gar nicht hoch mit der Batterie wir kommen mit der Batterie gar nicht zum Aufzug und wir können die ja nur über größere Distanzen bringen indem wir sie resetten dieser Schalter resettet diese rote Batterie und nicht diese rote Batterie es würde also gar nichts bringen eine fremde Batterie her zu bringen weil wir können sie gar nicht weit genug bewegen hier oben kann doch nicht so schwierig sein ich muss irgendwie ich brauche halt zwei Batterien für diese Tür das ist Fakt anders kommen wir da nicht durch die kann man nicht mal zerstören die Dreckdinge die nerven auch wie scheiße am Schuh ey krass die nerven richtig hart la 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 ja ach Leute ja ich check's gerade jetzt ist gerade ein richtiger Groschen gefallen oh man das ist natürlich kein doppeltes rotes Schloss und damit haben wir doch zwei Batterien für diese Tür zur Verfügung jetzt aber eieieiei hat das gedauert ihr dürft keinem erzählen wie dumm ich manchmal bin das muss unbedingt unter uns bleiben gut dass das hier nicht aufgezeichnet wird Gott sei Dank ich müsste mich ja in Grund und Boden schämen in der Öffentlichkeit ne also bleibt unter uns Gott ey ja super kniffliges Rätsel uuhh schwierig au Arschloch so rote Box ist hier rote Box vor allem hä 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 ist die Batterie wieder hier oben ja genau auch noch dreifach getroffen oh Leute das läuft aber gerade auch nicht so wirklich warum ist denn die rote jetzt habe ich die hier abgelegt ist die jetzt von dem ich weiß drauf die war vielleicht zerquetscht worden von dem von dem Aufzug ziemlich sicher sogar hoch mit dem Ding so die legen wir hier mal ab ja wir haben unnötig viel rumgerätselt wir hätten uns einfach nur nochmal hier die die Batterie Docks angucken müssen und dann wären wir sehr schnell auf die Lösung gekommen so haben wir halt einfach ein bisschen wie viel haben wir ja 20 Minuten verklemmert einfach mit mit Sinnlosigkeit schönen Dank auch ich hoffe ihr nehmt es mir nicht zu übel dass ich eure Zeit verschwendet habe Mann 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 hey Sesam und so weiter Karottensaft wir kommen weiter unglaublich dass ich das mal sagen würde ja genau was bist du denn für einer bist du Farrells hässlicher Cousin neunten Grades oder wie hui krasser Typ hey warum machst du die Kombo nicht langweilig langweilig boah das war krass ei 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 ok ok und stirb Freund bam oh wie schön das ausgesehen hat ich fand auch cool dieser dieser tippeltritt oh bitte nicht zerquetschen alter jetzt war ich kurz geschockt Doppelheilung und ich habe sogar noch Karottensaft übrig warum das denn ich habe den doch eben leer getrunken glaube ich zumindest dieser tippeltritt den er eben gemacht hat der war so ein richtiger Hasenangriff so geil ja also Beharrlichkeit wird belohnt mit einem schönen kleinen Zwischenentgegner 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 gibt es nicht das ist ein Wort das ist grundlegend falsch kann man hier noch irgendwo hin nein dann gehen wir weiter geradeaus dieser Aufzug ist einfach so runtergefahren der lässt sich nicht manipulieren ach wahrscheinlich hat er den Weg nach oben versperrt ja 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 dass wir nicht einfach an dem Typ vorbei huschen so gar keinen Bock das Ding ist ganz schön krass jetzt haben wir zwei von denen sorry bisschen am Husten hier Aua den wollte ich schon länger mal ausprobieren das war unser neuer Special Move das war der Piledriver geil oder geil geil okay ja ja verpiss dich Dreckding die Typen kann man auch schlagen während sie am Boden liegen ne kann man nicht eieieiei fürs nötige Kleingeld über 1000 schon wieder Fist Door Fist Door kommen wir nicht durch nur von der anderen Seite versteckte Wand ich geb's nicht auf Leute ich glaub immer noch dran wahrscheinlich völlig umsonst ok wo sind wir hier sieht aus wie im Knast bisschen wahrscheinlich sind wir jetzt im Arsenal drin voll reingehüpft das bringt leider so gar nix gut cooles Artwork da oben so ein Propaganda Bild von der Legion ist gut gemacht mit chinesischen Schriftzeichen sollen wir uns den Pott hier mal aufheben da ist bestimmt eine Heilung oder ein ne da ist eher so ein so ein Karottensaft Auffüll drin ja den bräuchten wir aber komm nicht sparen sonst fehlt es uns am Ende doch weil wir nicht mehr zurück können lieber gleich mitnehmen ja execution wäre gut gewesen aber hat jetzt leider nicht geklappt geil money 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 ja ja das ist eindeutig das Arsenal aber was mich ein bisschen wundert dass wir noch nicht die Einblendung bekommen haben dass wir jetzt ins Arsenal kommen vielleicht passiert das auch erst gleich das ist immer noch der Weg dorthin fies ne wir sind ganz schön fies hier ist die Tür zugesperrt mit einem Schreibtisch aha 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 jetzt Arsenal er sieht aus wie Midgar oder er sieht einfach aus wie Midgar da ist wieder so ein Schwert Heini ja ja der blockt den Scheiß einfach oh ein Scharfschütze alter okay er ist halt wirklich ein Scharfschütze hält aber nichts aus okay okay chill mal Junge scheiße stirb du Bastard scheiße jetzt haben wir ein riesen Problem okay wir kommen nämlich nicht hinter ihn scheiße wir kamen nicht mehr hinter ihn der hätte uns jetzt hier eiskalt gekillt weil von vorne ist er kaum zu verwunden boah das wäre jetzt fast unser Ende gewesen wenn ich mutig geblieben wäre Leute hier war grad wirklich der Moment gekommen wo es besser ist sich zu verpissen statt zu bleiben weil wir hatten keine Chance in dem engen Gang haben wir keine Chance gegen den Typ wir kommen nicht hinter ihn und können ihn nicht schädigen boah so äh wir haben einen Shortcut geöffnet und können diese Fratzen da oben umgehen mich nervt es ein bisschen dass wir die nicht geschafft haben und ja jetzt können wir leider nicht mehr nachgucken ob wir da oben nicht noch weitergekommen wären da war der Scharfschütze komm wir gehen nochmal hin ich bin lebensmüde wahrscheinlich sterbe ich jetzt aber hey wir haben einen Shortcut freigemacht ich komme nicht an ihm vorbei ich kann nicht mehr an ihm vorbei dann gehen wir hier lang dann gehen wir den langen Weg nochmal ich kann nicht mehr an ihm vorbei das ist ja richtig mies ja okay gut das ist auch kein Problem alles okay genau hier geht es nämlich rein interessant das ist ne das ist ne das ist ne Map die wir noch gar nicht besuchen sollten besuchen wollten äh ich verpiss mich hey hier haben wir nix verloren Leute hier haben wir nix verloren das ist ne Festung da haben wir noch nichts verloren ja gut guckt euch mal die die Flagge Schütze da oben an so da unten wartet immer noch Herr haut drauf den umgehen wir jetzt das ist echt krass wie schwierig dieses Game teilweise wird uiuiui so ich hoffe jetzt einfach mal dass es hier drin gleich was zum regenerieren und zum speichern gibt rechts oder unten rechts oder unten rechts oder unten rechts ja beste Erfindung aller Zeiten oh komm wir machen uns kurz frisch oder Coastal Fortress wir sind hier auch ein bisschen falsch ne in welcher Nähe äh ja 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 genau ich wollte an eine Schnellreisekugel wo ein Terminal steht jesus das Spiel wird echt hart so da sind wir hä ja doch im Großen und Ganzen genau hier könnten wir uns auch entscheiden mit dem Zug zu fahren das wollen wir noch nicht äh äh passt auch von der Episodenzeit her eigentlich ganz gut naja gut auch eigentlich nur deswegen weil wir ewig rum getrödelt und äh das Rätsel nicht gelöst haben wir kaufen uns mal was schönes neues gibt es noch irgendwelche passiven Skills die Execution kann man auch nicht noch weiter verbessern es scheint auch in Zukunft nichts mehr dazu zu kommen es gibt noch eine dritte Waffengattung die wir noch nicht erforscht haben die wir noch nicht freigeschaltet haben ja ein SP-Angriff für die für den Bohrer wäre nicht schlecht den wollten wir uns schon länger mal kaufen der macht auch viel Schaden und der kommt sehr schnell und das andere ist der hier macht beides hohen Schaden und das ist auch wieder ein Jump Attack also den müssen wir ja ich weiß es nicht so genau können sie beide kaufen also ich stehe ein bisschen mehr auf das Ding hier weil das einfach frontal in your face passiert so wir könnten natürlich auch noch ein bisschen Geld in der Joffrey Street ausgeben und deswegen vielleicht lieber nochmal ein bisschen sparen aber die hier will ich noch haben weil ich mag es wenn nach dieser whirlwind Kombo noch so ein fetter Abschlussschlag kommt bam 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 der hat mir besser gefallen als der die kosten dasselbe der macht Medium Damage der macht auch Medium Damage es ist also gehuppt wie geduppt wir nehmen den so gut dann würde ich sagen machen wir einen kurzen Break und treffen uns gleich wieder hier was haltet ihr davon am Bahnhof fahren wir ein Stückchen ins Arsenal oder in die Abwasserkanäle da soll es um diese Jahreszeit auch ganz schön sein ja machen wir einen kleinen kurzen Trip zusammen ich freue mich auf euch bis gleich bis gleich